Herzlich Willkommen auf Sleven Streamed Sport. Ihr seht schon, es geht um einen neuen Multiplayer auf meinem Kanal, nämlich um NBA 2K24. Wir haben ja schon einige Multiplayer bei uns, den FM24 zum Beispiel, natürlich den Pro Cycling Manager, dann haben wir den Madden Multiplayer, wir spielen EAFC Pro Clubs und eben künftig auch NBA 2K, haben noch den Tabletop Simulator und weitere Spiele hier im Angebot. Wir schauen uns jetzt mal an, warum sich das gerade jetzt lohnt, sich wirklich dieses NBA 2K Spiel zu holen, denn das ist aktuell für unter 10 Euro verfügbar. Ihr seht es, ihr spart 90% aktuell im Playstation Store, auch auf Steam und für die Xbox ist es aktuell unter 10 Euro zu haben. Wenn ihr teilnehmen wollt am großen NBA 2K24 Multiplayer oder an einem anderen, meldet euch auf meinem Discord, der Link steht unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Trailer mal gemeinsam an. gonna lieUnterweit so, homem. gehts ans Kometre Story Declaration gehts ans Kometre恥 Beide Einen Leute in der Videobeschreibung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020